Lange wurde darüber gestritten. Jetzt haben sich die EU-Energieminister auf einen Gaspreisdeckel geeinigt. Er soll ab Mitte Februar in bestimmten Fällen gelten. Geplant ist, dass der Preis für Großkunden in der EU auf 180 Euro pro Megawattstunde begrenzt wird. Die Bundesregierung hatte Bedenken, von staatlicher Seite in den Markt einzugreifen. Sie fürchtet Versorgungsengpässe. In Brüssel ist mein Kollege Michael Grütz. Ist die Bundesregierung nach dieser Entscheidung in der EU isoliert? Das wollte die Bundesrepublik vermeiden. Außerdem wollte sie auch vermeiden, dass es diesen Gaspreisdeckel gibt. Das war das große Dilemma. Der Grund ist klar. Man glaubt, wenn man einen Preisdeckel hat und der Preis über diesen Deckel ginge, würden die Schiffe mit ihrem Flüssigerdgas umdrehen und woanders hinfahren. Dann gäbe es nicht mehr genügend Gas. Dann würden Engpässe und eine Mangellage entstehen. Das war die Argumentation der Bundesregierung. Andere sehen das anders, sagen, wir müssen dringend was gegen die hohen Preise tun. Nun hat man sich auf diesen Deckel geeinigt. Aber es gibt einige Lücken dazwischen, wie man ihn möglicherweise noch umgehen kann. Insofern haben die einen ihren Deckel und die anderen können weiterhin für ihre Versorgungssicherheit sorgen. So ist im Moment die Gemengelage, wie man sich vor ein paar Minuten hier in Brüssel geeinigt hat. Trotzdem die Frage, sind die Energieprobleme damit zumindest erst mal vom Tisch? Überhaupt nicht. Denn das russische Gas wird ja weiterhin fehlen. Das sind 40, teilweise 50 Prozent des Gases in Europa. Und das kommt ja nicht wieder. Das heißt, es muss ersetzt werden. Und solange es diese Lücke gibt, werden die Preise hoch bleiben. Und es wird weiterhin ein Problem sein, genügend Gas herbeizuschaffen. Deswegen ist die EU-Kommission und verschiedene Länder weltweit unterwegs, um für Ersatz zu sorgen. Aber dass da die Preise mittelfristig wirklich drastisch heruntergehen, das ist im Moment jedenfalls nicht zu erwarten. Danke, Michael Grötz in Brüssel. Drinking Gases in Brüssel. Drinking Gases in Brüssel. Drinking G Ads